Was ist los? Es ist Party angesagt. Meine Gang ist am Start. Was ist los? Was ist der Fall? Es war Wahnsinn. Ich dachte schon 2016 war der Wahnsinn, dann dachte ich 2017 war der Oberwahnsinn. 2018 hat noch mal einen draufgelegt. 2018 war für mich das beste Ole Jahr ever. Krasse Saison 2018 mit der Ole Party. Ich kann es immer wieder sagen, holt euch Tickets, sichert euch die und seid einfach mit, ein Teil der Ole Party. Das kann man gar nicht im Motto passen. Das ist jedes Mal einfach Hardcore-Flashing. Es ist magisch, was hier passiert und ich muss sagen, das ist das größte Oleja aller Zeiten. Ich bin immer noch schon geflecht. Das ist einfach... U-Po-Porno. Das ist der Fallzeit! Hey! Du Fallzeit! Du schnullst, Alter! Hoffentlich! Ich finde halt, dass es einfach eine große, große Party ist mit einer großen, großen Familie. Die Leute waren so lieb und es war so harmonisch. Das tut schon gut. Wenn ich ehrlich bin, ich freue mich auf jede einzelne Veranstaltung, weil jede einzelne Veranstaltung einfach absolute Highlights sind. Und ich zähle jetzt schon wieder die Tage für die Open-Air-Saison für das nächste Jahr. Ich nehme mir auf jeden Fall viel vor für 2019, für die ganzen Shows und ich freue mich nächstes Jahr dabei zu sein. Und bei das Ole-Team tockt es jedes Jahr wieder. Deswegen wird 2019 vermutlich noch größer, geiler, noch mehr Ole und wird noch mehr Spaß machen.